Hallo Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Reihe von großartigen Gadgets und Werkzeugen, die alle Männer zu schätzen wissen werden. Sämtliche Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Gadgets ihr gerne in unseren nächsten Videos sehen würdet. Sich selbst an den schönen Haarschnitt zu verpassen, ist einfacher als du vielleicht denkst. Dieser innovative Haarschneider ist mit einer integrierten Kamera ausgestattet, sodass du genau sehen kannst, wie du schneidest. Er überträgt Full-HD-Videos mit einem Sichtfeld von 170 Grad direkt auf dein Smartphone-Display. Darüber hinaus ist der Haarschneider mit weichen und präzisen Keramikklingen, einem strukturierten Griff und austauschbaren Köpfen ausgestattet. Mit dem großen, wiederaufladbaren Akku kannst du über 100 Minuten lang kabellos arbeiten. Und um dir etwas Sicherheit zu geben, bietet die mobile App eine Bibliothek mit Anleitungen und verschiedenen Frisuren von Profis. Man stelle sich vor, wie viel Geld man beim Friseur sparen kann. Das solltest du dir ansehen. Dieses Telefon verfügt also über zwei Displays, das 6,5 Zoll Hauptdisplay und dieses Runde auf der Rückseite. Es ist nicht nur für Watchfaces gedacht, auch wenn es viele verschiedene Stile zur Auswahl gibt. Dieses Sub-Display ist perfekt für Selfies geeignet und ermöglicht die Verwendung der rückseitigen 48 Megapixel-Kamera. Zusätzlich werden hier alle eingegenden Anrufe und Benachrichtigungen angezeigt. Ansonsten verfügt das Handy über einen riesigen 6000 mAh Akku, 5G-Konnektivität und eine intrigierte Fingerabdruck-Entsperrung. Gamer werden definitiv die fortschrittliche Wärmeableitung zu schätzen wissen. Und was wirklich cool ist, es gibt zwei programmierbare Tasten, die mit praktisch jeder Funktion belegt werden können. Dank seiner robusten, wasserdichten Konstruktion und dem Dual-SIM-Steckplatz ist dieses Handy der perfekte Reisebegleiter. Und ein Stilvoller. Ganz sicher. Man könnte argumentieren, dass ein Kugelschreiber einfach nur ein Kugelschreiber ist, aber dieser hier ist ein wenig anders. Für den Notfall hat dieser Stift einen Fensterbrecher aus Wolframstahl und eine chirurgische Klinge. Die einhändige Bedienung ist ein großer Vorteil. Eine eingebaute Taschenlampe mit drei Helligkeitsstufen ist ebenfalls enthalten, die im roten und blauen Leuchtmodus aktiviert werden kann. Wie nicht anders zu erwarten, ist der Stift absolut staub- und wasserdicht. Ein Micro-USB-Anschluss reicht aus, um das Gerät aufzuladen, das bis zu 15 Stunden Betrieb bleiben kann. Dieses Gerät vereint jetzt noch mehr leistungsstarke Funktionen in einem benutzerfreundlichen Gehäuse. Zunächst dient es als Taschenlampe und als Powerbank mit einer Kapazität von 2200 mA. Dann hast du alles, was du im Ernstfall brauchst. Einen Sicherheitskugelschneider, einen Glasbrecher und einen akustischen SOS-Alarm. Darüber hinaus ist eine LED-Taschenlampe mit einstellbarer Helligkeit und rotem Blinkmodus vorhanden. Dieser Artikel kann in einer Vielzahl von Situationen nützlich sein. Als nächstes ist der beste Körperrasierer an der Reihe. Daher verfügt er über einen ergonomischen Griff, mit dem du von den Schultern bis zum unteren Rücken alles erreichen kannst. Was ihn auszeichnet. Unabhängig davon, ob du eine Nass- oder Trockenrasur bevorzugst, sorgt die einzigartige Sicherheitsklingentechnologie für ein angenehmes Erlebnis ohne Schnittverletzungen. Bei Bedarf lässt sich der Griff abnehmen. So liegt der Rasierer gut in der Hand. Der Klingenwechsel ist dank des ausgeklügelten Schiebemechanismus ein Kinderspiel. Der Griff ist faltbar, sodass du ihn auch auf Reisen mitnehmen kannst. Und schließlich haben wir eine Vielzahl von verstellbaren Handeln zur Auswahl. Da neue Platten leicht hinzugefügt und entfernt werden können, kann jeder dieser Blöcke effektiv ein Dutzendpaar Handeln ersetzen. Die Stahlplatten sind mit einer Urethanbeschichtung versehen, die sie extrem leise und geschmeidig macht. Ein leicht erreichbarer Stift ermöglicht es, die Anzahl der Platten einfach zu wählen. Je nach Gewicht der Platte ist diese mit einer anderen Farbe gekennzeichnet. Natürlich erhältst du auch einen gummierten Griff. Für zusätzliche Mikro-Einstellungen ist der Griff mit austauschbaren Zusatzgewichten ausgestattet. Du kannst aus einer Vielzahl von Größen und Gewichtsklassen wählen. Warum brauchst du eine Tablette aus Metall? Weil sie ziemlich scharf ist. Schraube einfach den Deckel ab und schon hast du Zugang zu einem praktischen kleinen Cutter. Mit dieser Pille lässt sich alles schneiden, von Papier bis Drat. Da sie vollständig aus Titan gefertigt ist, ist dieses Werkzeug extrem langlebig. Außerdem ist es mit einem Schnellverschlusskarabiner versehen, der das Tragen zum Kinderspiel macht. Wie wäre es mit einem Hauch von Flair? Kein Problem, denn es gibt vier verschiedene Hutdesigns zur Auswahl. Diese GPS-fähige Smartwatch ist ideal, um alle deine Aktivitäten zu verfolgen. Du kannst aus einer Vielzahl von Aktivitätsprofilen wählen, von Laufen über Radfahren bis hin zu Schwimmen und so weiter. Diese Uhr misst unter anderem deine Herzfrequenz, Blutsättigung, Entfernung und Körperenergie. Du kannst sogar deinen Echtzeitstandort mit Freunden und Familie teilen. Außerdem bekommst du individuelle Trainingsempfehlungen und eine ausführliche Analyse deiner Trainingshistorie angezeigt. Die Menüs und Anwendungen lassen sich über die physischen Tasten des Geräts steuern. Zusätzlich zu allen fitnessbezogenen Funktionen zeigt die Uhr deine Benachrichtigungen an und spielt alle deine Wiedergabelisten von Spotify und anderen beliebten Musik-Apps ab. Außerdem kann die Uhr zum kontaktlosen Bezahlen verwendet werden, sodass du dein Portemonnaie zu Hause lassen kannst. Dank der Neodym-Magnete an diesem eleganten Schraubendreher wirst du nie wieder deine Schrauben verlieren. Dank des doppelseitigen Designs des Werkzeugs kannst du zwei verschiedene Bits auf einmal mitnehmen. Der ungewöhnliche Bolzen ermöglicht es, beide Seiten gleichzeitig zurückzuziehen. Außerdem kann dieses Gerät mit jedem handelsüblichen Sechskant-Bit verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich das Werkzeug verlängern oder sogar in einem Steckschlüssel umwandeln. Der Schraubendreher ist in Edelstahl und Titan erhältlich. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Rasierer bist, bist du mit diesem hier genau richtig. Sein um 360 Grad verstellbarer Kopf sorgt jedoch für eine hautnahe Rasur. Das coolste ist jedoch die Stromversorgung. Einfach an dein Handy, Tablet oder deine Powerbank anschließen. Zur Auswahl stehen verschiedene Adapter, darunter Micro-USB, Lightning und USB-C. Dank der magnetischen Struktur lässt sich das Gerät leicht zerlegen und reinigen. Es ist außerdem in einer Vielzahl von lustigen Farben erhältlich. Alle Hände an Deck. Kaputte Glühbirnen. Mit dieser praktischen Pistole bist du im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Dieses Gerät verfügt über einen akustischen Spannungsdetektor. Das ist schon mal ein Anfang. Die Glühbirne kann leicht entfernt und in dem eingebauten Aufbewahrungsfach aufbewahrt werden, wenn sie als defekt erkannt wird. Außerdem lässt sich mit dem Gerät eine defekte Fassung reparieren und die Glühbirne wieder einsetzen. Dazu muss lediglich der Abzug ein paar Mal betätigt werden. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein integrierter Glühbirne und Sicherheitstester auf der Oberseite. Für die Feiertage bist du also bestens gerüstet. Wenn du genug von Zappelspielzeug hast, sind diese magnetischen Ringe vielleicht die richtige Wahl für dich. Mit den drei ringenden Sets kannst du eine Vielzahl von sanften und optisch ansprechenden Bewegungen ausführen. Jedem Ring sind 16 starke Magnete integriert. Das sind ganz schön viele. Und was noch besser ist, die Ringe gibt es in verschiedenen Ausführungen und hochwertigen Materialien. Sehe dir auf jeden Fall die Silber- und die Naturholz-Variante an. Ein spezielles Öl wird mitgeliefert, um die natürliche Schönheit des Holzes langfristig zu erhalten. Mir gefällt es, wie es aussieht und wie es sich anfühlt. Außerdem ist jetzt alles andere unwichtig. Die Verwendung von Magneten in diesem Instrument ist hervorragend. Um deine EDC-Tools und andere Zubehör zu transportieren, ist dieser Schnellverschluss eine großartige Option. Die Magneten sind extrem stark und zuverlässig, aber sie erlauben es dir auch, deine Habseligkeiten leicht zu entfernen. Alternativ kannst du ihn auch einfach an einer magnetischen Oberfläche wie einem Kühlschrank oder einer Wand anbringen. Eine Antikratz-Bestichtung wurde von Hand auf diesen Artikel aufgetragen. Du hast die Wahl zwischen einer Vielzahl von Farben und zwei alternativen Materialien für den Stecker. Titan oder Edelstahl. Ein komplettes Blasorchester kann leicht durch dieses äußerst vielseitige Musikinstrument ersetzt werden. Es gibt eine Fülle von Instrumenten zur Auswahl, darunter Flöte, Saxophon und Klarinette. Dank des anpassbaren Fingersatzes muss man nicht wieder bei Null anfangen. Dank des Bewegungssensors im Gerät erhältst du zusätzliche Effekte, je nachdem wie du dich bewegst. Für die Fußtasten gibt es einen MIDI-Eingang. Das Umschalten von Instrumenten und das Ändern von Einstellungen wird durch ein intrigiertes OLED-Display erleichtert. Ein robustes Editor-Tool zur Verwaltung und Bearbeitung deiner Soundsammlungen ist jetzt verfügbar. Das hier ist ein Muss für jeden Gentleman. Sämtliche deiner Besitztümer sind sorgfältig in einer hochwertigen Dienerbox organisiert. Schlüssel, Sonnenbrillen und andere kleine Gegenstände können in zahlreichen Fächern in der Box untergebracht werden. Außerdem gibt es ein spezielles Fach für dein Ladekabel und dein Smartphone. Die Schublade darunter ist sicher ideal, um deine Uhrensammlung oder einige Schmuckstücke zu verstauen. Ein zusätzlicher Ringhalter kann ebenfalls optional erworben werden. Kunstleder und Wildleder-Imitat sorgen für eine schöne Ästhetik der Box. Diese Box ist modisch und funktionell zugleich und hat alles, was man braucht. Auf dem ersten Blick handelt es sich also nur um ein weiteres Gebrauchsmesser. Aber so einfach ist es nicht. Aufgrund seines einzigartigen Mechanismus lässt sich dieses Messer nahtlos in einen praktischen Schaber verwandeln. Verwende den Schieberegler, um die Klinge zu öffnen und ziehe ihn dann ein wenig weiter, um den Schabermodus zu aktivieren. Das Werkzeug ist mit einer robusten Klinge ausgestattet, die problemlos durch verschiedene Materialien schneidet. Und falls du sie auswechseln musst, genügt ein Knopfdruck. Darüber hinaus hat der gummierte Griff eine angenehme rutschfeste Textur. Zudem verfügt er über einen speziellen Fingerschutz und ein Loch für dein Schlüsselband. Darüber hinaus kannst du mit diesem Werkzeug auch Farbdosen öffnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017